Musik Tja Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Wir spielen nicht nur ein Spiel Es ist soeben rausgehoben Wir haben 0 Uhr 1 Und es ist Titanfall Tja 50 hier bei Download Und wir schauen mal was uns jetzt begegnen wird Musik 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 Die Flügel-Ensage haben eine Dense-Zone von Havolpflanz. Die Flügel-Ensage haben sich in den Flügel-Ensage beobacht. Jetzt, wie ich verstehe, die IMC-Fügel-Fatil hier ist. Es ist für die Reise zwischen den Körn und der Frontier. Untertitelung. BR 2018 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 Schau mal. Also, ich bin schon gespannt. Ich freue mich schon richtig, wie das sein wird. Ich kenne mich nur lauter, aber ich weiß, dass es gut ist. Ich habe wirklich zu spielen und nicht wirklich gespielt. Ich habe alles auf höchste Einstellung in der Grafik. Okay. Schütze oder Atentäter? Schütze. Jawohl. Ein Angriff oder ein Panzer? Angriff. So. Jawohl. Wir haben ein Teil. Ein Teil. Okay. Unsere Männer. Jawohl Männer. Oh, das ist so geil. What the fuck? Oh, Loya Sagi. Wie kann ich Raketen abwerfen? Wie geht das? Ah, okay. Das Schild. Schild. Ich muss kurz testen. Ah, das ist falsch. Ah, okay. Okay, okay. Jetzt kapiere ich. Muss ich ein bisschen einfinden. Ehe jetzt aussteigen. Ich will jetzt noch nicht aussteigen. Mehrere Gegner greifen, ja. Kurz nachladen. So. Okay, ich muss noch ein bisschen mich einfinden, aber es wird schon irgendwie gehen. So, lasse ich mal durch, Leute. What the hell? Warum hat es mich jetzt rauskommen? Boom. Jawohl. Titan eliminiert. Titan totgeweiht. Runde abgeschlossenen Runde gewonnen. Okay, ich muss mich echt einfinden. Das ist wirklich eine Umstellung. Man weiß nicht, wo man was macht. Man hat nur einmal Raketen. Nur ein Maschinengewehr, mehr oder weniger. Ich will mal... Titan, Panzer. Aber ich... Ja, okay. Ich konnte noch wechseln. Sehr gut. F sind die Raketen. X. Was, wenn ich jetzt X drücke? X, ne. Okay, das zeigt mir dann auch ein Faust-Fild oder so. Oh, der hat eine Pumpgun oder so. Oder sowas ähnliches wie eine Pumpgun. Boah. Geht er weg, Leute. Oh, ich kann fliegen. Ne, es geht nicht. So müssen wir mich einfinden. Echt. 40 mm geschützt. Ja, mach mal Platz da. Ey, Spaten, mach Platz. Der checkt, der checkt gar nicht, dass ich da bin. Oh, shit. Bam, 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 bam. So, du Spaten da unten. Na, wo seid ihr? Ich hab für jeden von euch... Kein Problem. Oh, schau level ab. Das ging jetzt aber schnell. Na, komm, schaltenkampf hier. Deckung. Das Schild muss ich wieder aufladen. Das Schild muss ich wieder aufladen. Das ist ein Schild. 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 besser wenn man stirbt nicht so schnell ist wirklich besser wenn man nicht so schnell stirbt also ich bin der panzer typ jawohl aber auch die ansicht ist geil weißt du man 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 steuert so ein ding was man zum beispiel in starcraft nur so von oben gesehen hat das ist halt das coole an dem spiel ich weiß gar nicht was bringt den scheißkerl hier zu töten wahrscheinlich nur wenig xp und so so meine nachlade sucht die ich immer habe natürlich ich muss auch ein bisschen mehr mit dem schild arbeiten ist mir aufgefallen was hat der gemacht noch aber auch reflexe für diesen schild da alarmstufe rot ich habe wenn alarmstufe rot ist dann ich glaube das heißt dass sehr viele gegner in näher sind also ultra viele gegner wo ist der spaten titan meine natürlich und die kleinen idioten quetsche ich so sekunde nach und dann gehe ich da raus aussieht aussteigen ich habe gedrückt oder muss das gedrückt gedrückt hat ich weiß gar nicht ja ok ich habe da und e gedrückt aber ich habe es nicht geschafft ja er hat er hat es geschafft dann schauen wir mal den zu vielleicht kann ich was lernen also es ist wirklich ein komplett neues gebiet für mich es ist wirklich wahnsinn also macht so viel spaß schon ding zu laufen ist echt wahnsinn das ist echt geil also kann man auch die innenansicht sehen oder so ne ne aber ich kann mal den spiel sound ein bisschen ihr müsst ja dann auch sagen wie ich es machen soll ein bisschen lauter leise untertitel aber die grafik ist auch die ich schon an also die grafik ist cool ich habe alles jetzt auf höchste einstellung immer gemacht das könnt ihr auch hier in den videoeinstellungen sehen soweit ich weiß habe ich alles auf höchste gemacht von dem her sieht auch cool aus also das problem ist halt das ist wirklich last titan standing wie er gesagt hat und spielte bis zum ende und ja jetzt auf jeden fall noch noch mindestens eine runde spielen also ich weiß nicht ob es vorbei ist oder halbzeit ok jetzt sind wir dann auf der anderen seite mit vier runden siegen ok dann ist ja noch eine runde das schaffen dann ist noch eine runde ich probiere es mal noch mal weil ich lust habe und lustig bin den angreifer der erzählt zwar nicht so viel aus aber ich glaube der zieht mehr ich probiere es einfach mal ich muss gucken so sind meine sparen hinterhalt ob das gut geht wo habe ich nicht gesehen aber bist du spaßt was 3 zu 1 sind unterzahlen hinter mir ich gebe dir unterzahl so haben die sporten da mein freund keine zukunft ich glaube nicht kommt noch zack wo bist du boom titan fuji boah boah also ziel ist jetzt immer unsere waffe eieieiei das ist echt krass du verlierst da echt die übersicht wenn du so viele sind aber das spiel macht echt wahnsinnig Spaß also es ist wirklich wirklich wahnsinn und wir haben die runde beendet ich finde das war ein tolles erstes das play mir jetzt echt spaß gemacht das spiel zu spiel ich werde auf jeden fall heute noch ein paar mehr spiele machen aber am abend erst denn dann komme ich erst wieder von der arbeit also macht's gut leute bis zum nächsten mal und das spiel ist echt der hammer also ich würde auf jeden fall weiter das plane ach ja das macht richtig spaß also tschau leute und bis später ne und da sieht man nochmal wie ich level abkomme ja bis später macht's gut tschau 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 tschau